ich habe gesagt wir treffen uns hier immer wieder jetzt wenn wir eine neue folge anfangen oder beziehungsweise wenn ich eine pause gemacht hat zwischen aufnahmen dann weil ich das nämlich jetzt hier lade kann es sein dass wir woanders rauskommen als wenn als wo wir beendet haben weißt du nicht mein deswegen nehme ich das jetzt hier so laden ich schmeiße die maus weg ich weiß die position aus weiter so ich bin gespannt hat ja letztes mal so probiert bin doch nicht hier gewesen ich denke dass es bringt uns ja irgendwie alles gar nichts mehr hier waren das kennen wir alles schon wegen der bergen sagen haben wir draußen wir haben hier draußen schluss gemacht ich weiß es nicht irgendwie da ist jetzt irgendwie gerade kein weiterkommen gab würde ich sagen wir kümmern uns mal um glam ich war ja stimmt doch gar nicht wir hatten moment mal ist die batterie jetzt wieder nicht jetzt wieder hier oder was wir haben die doch wir haben die doch schon eingesammelt wieso gehe ich mal falsch um nicht hier tatsächlich krise ohne scheiß das ist doch scheiß klämme und hier ist ein anderer ja ich sollte es jetzt arbeiten können genau es funktioniert noch nicht? ja ich kann es nicht herausfinden lass mich auf das das geht Geh an! As the unknown affliction continues to spread... You fixed it. Yes, I fixed it. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... Uh, my producer's telling me we have to get off the air. Steve. WABE wishes you and your loved ones... God bless you all. Yes, sir. It's a war. That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. Alright then, we don't need to talk about it. Thanks. There's nothing I can do now anyway. No. Okay. It's a war. Jetzt gehen wir mal raus. Jetzt gehen wir mal los, glaube ich. Jetzt können wir uns ja hier in... You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Wir haben hier irgendwie festgesteckt. Das war ja das, was wir noch machen konnten. Mit äh... Codierung überlastet, sagt der mal eben. Ganz groß. Gibt es wahrscheinlich einen kleinen Leck und so. Ja. Geh runter! Wunder! Can you go down, please? Gucken wir mal, ob wir hier was machen können. Phew. Phew. So, wir haben hier in einem Motel. Wow. So. Oh. Was. Oh, man. I'm glad you're here. Jesus, Glenn! Right then wasn't so hard. Ja. Das ist also, da oben müssen wir hin, ja? Da hinten über die Treppe nehme ich mal an. Ja, das ist ja. Okay, das ist der Plan. Wir wissen nicht wie es wird, wie es wird, um sie weg zu gehen. Ja, es ist gut. Also müssen wir alle von ihnen in hier töten. Die Wälder fangt. Die Wälder fangt diese Dinge. Jetzt schauen wir uns mal. Die Wälder fangt die Wälder fangt. Oh, ein Kiesling. Ja, vielleicht. Das ist aus schlechten Filmen. Okay. Das war doch nichts, ne? Wir wollen hier nichts mehr sehen. Da ist was. Was ist das? Bringt uns das was? Na. Komm, wir gehen mal rüber. Wälder fangt die Wälder fangt die Wälder fangt die Wälder fangt. Solange! Die Wälder fangt die Wälder fangt die Wälder fangt das an. Life way! Das heißt, wir gehen wieder zurück. Ich kann nicht mehr. So. So. Okay, there is also nothing. Was ist da? Das ist ein Zombie. Na unbedingt, ne? Ist das auch ein Zombie? Was ist das da? Ich kann es nicht sehen, ne? Zombie, Zombie. Ja, komm, geh mal hin. Geh mal hin bei der Pickapps. Oh, hallo. Wer hätte uns doch bestimmt gesehen, oder ist das schon? Ist dieser Mann schon Geschichte? Ja, wie. Oh, hallo, na. Was are you going to do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise. And none with pillows. Ich weiß es nicht. Wie können wir das machen? Was ist denn hier noch? Nein. Doch nicht so. Jetzt nach oben drücke. Was geht ja auch dahin? Wenn ich nach rechts drücke, links. Geht ja auch dahin. Was kann man denn nicht mehr machen? Wir können noch da gucken. Sollen wir den mit dem Kissen irgendwie? Und dann schmemeln wir zum Bumse? Geh raus, du Kuss. Aber der Lüge? Geh einfach meinen Lied. Bleib gerade hinter mir. Ich glaube nicht, dass das im echten Leben funktioniert. Wander hier. Wer weiß. Mal erstmal reinschauen in die Karre. Natürlich, natürlich. Oh, was ist es? Was ist es? Zünd Kürze. Okay, mehr nix. Ich kann mir wechseln. Sparky. 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 Du sollst aufhören. Ich komme in die Hand. Und das Ding jetzt rüberschieben. Das Ding ist. Du bist neig. Das ist ein lecker. Das war großartig. Das war großartig. Das ist ein Heuer. Lass uns weiterhören. Kann man mit der Zündkerze was machen? Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. It's so loud! Take it. Please. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Si si senora. Was ist denn nur los? Ich möchte dahin. Muss ich jetzt erst wieder dahin? Das scheint zu kommen erstmal gehen. Oh my fucking god. So, komm ich an den jetzt irgendwie dran? Oh, 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 oh. Nein. Scheiße. Lass es dir schmecken. Oh my god. Wir haben es verkackt. Okay, ich habe es verkackt. Okay. Ich habe es gut verkackt. So, wir machen das ganze nochmal. Vielleicht gehe ich mal so. Nein, so geht es noch nicht. Okay. Dann gehe ich so. Aber war echt nicht vorbereitet. Ich meine so. Jetzt schnell machen, schnell machen, schnell machen. Oh. 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 Ich glaube, das war wieder kurz vor knapp. Oh. Es hat geklappt. Ah, nö. 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 dass du es ja auch schminkt verdammt scheiße was ist denn los mit euch die punkte sind auch scheiße jetzt mal ehrlich und ich zweimal das gleiche noch mal ich bin jetzt bevor ich den hier schaffe mach jetzt sie wissen sie auch noch das war schon wieder knapper ich muss noch einen moment warten ich habe keine ahnung kommst du hier kommst du hier so nämlich Der verdammte Kreisler! Alter Mistkrücke! Soll ich ihn auch geben oder soll ich ihn nicht geben? Das ist die Frage. Soll ich ihm geben? Der ist dritten! Oh, jetzt haben wir das. Sind Sie beide fertig? Zwei mehr. Das sollte helfen. Ich hoffe auch, dass das hilft. Ich bin sehr glücklich, wenn es Hilfen täte. Ich komme schlecht, muss man nach hoch so. Warum bleiben Sie hinter dir? Okay, wir bleiben hinter dir. Hä? Hat er jetzt gesagt, bleibt unten? Und sie sagt, okay, wir sind direkt hinter dir. Kommen die doch jetzt mit? Oder nicht? Nee, kommen nicht mit. Ja, immer näher, immer näher, immer näher, immer näher, immer näher. Gib ihm! Hau doch drauf! Oh, gib ihm! Hab ich getrunken? Okay, die sind fast wunden, guck mal! Uchi yama! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Sie ist in trouble! Nein, nein, nein! Miss, wir kommen in! Wirklich? Ich weiß nicht. Sollten wir, oder sollten wir nicht? Sollten wir das respektieren? Erstmal gucken, was los ist und dann respektieren? Oh Gott! Ich... Ich sagte, bleib weg! Wir brauchen Sie Hilfe! Wir brauchen Sie Hilfe! Es ist zu lange für das. Leute, sie hat sich getrunken. Was? Ich habe gesagt, bleib weg! Ich bin getrunken! Ich bin getrunken! Aber Sie würden nicht einfach weg. Aber Sie würden nicht einfach weg. Let's calm down. Sie könnten alles gut sein. Ich werde nicht gut sein. Meine Freundin wurde getrunken. Sie werden sick, und Sie sterben. Sie kommen zurück, und Sie sterben. Sie sterben! Sie haben einen Freund? Was? Ich will nicht das! Das ist nicht Christian! Es ist nicht Christian! Bitte! Bitte! Ich lasse mich! Bitte! Was, wenn du uns zurückkriegst und uns zurückkriegst? Ich weiß! Das ist weshalb ich mich verlassen! Ich kann das nicht passieren! Okay. Oh mein Gott! So? Kann ich... Borrow es? Was bedeutet, Borrow? Nein! Also, ich kann das einfach nicht erreichen! Und dann... Dann ist es kein Problem! Nein! Ich will nicht zu sein! Ich will nicht zu sein! Sie sind... Sie sind... Sie sind... Satanisch! Dann machen Sie es für mich! Dann machen sie es für mich! Wir müssen gehen! Dir die mich! Bitte! Das ist verrückt! Bitte! Lass mich zurück. Es ist nur zwei Sekunden, nur eine Minute. Und ich kann mit meiner Familie sein und es wird alles gut sein. Zurück! Bitte! Nein, nein, nein! Oh Gott! Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte, ich hab den falschen Knopf gedrückt, verdammte Scheiße. Ich wollte dir das geben. Woah, mach es einfach. Wir wollen nur helfen. Nein, du kannst nicht. Miss. Just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No, no, NO! Ah, Scheiße, ey. Alter, was er geht in los mir. Uh. Glenn? Lass alles raus, Kumpul, lass alles raus. Lass liegen die Scheiße. Ist für die Vögel. Weil es noch Vögel gibt. Hier kommen sie! Sie kommen sie! Sie sind! Nein, sie sind gut. Sie sind gut? Sie sind gut. Sie sind gut? Sie sind gut. 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 Unsere Freundin ist da noch in und aus. Er wird nicht mehr Stress überleben. Die nächste Ordnung ist, die Pille aus der Pharmazie zu bekommen. Ja, Mann. Jetzt aber ran. Nee, Möse. Warte mal. Nee, warte mal. Wir müssen hier, wir müssen da, wir müssen also dort. Nee, das ist doch richtig. Nee, das ist doch falsch. Glennie, lass mal eben quatschen. Wir zwei hübschen. Wie geht's, Glenn? Du kennst die Kombination des Zusatzes? Warum? Oh, you know, I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. I know. Back to the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. But that's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. I guess you really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? Yeah, Mann. Das war die Hau. People can't be given up. This will pass. I'm with you. I'm glad to hear it. Try to get some rest. Yeah, right. Yeah, I wanted. I had, I had, I had done that. I had it done. I had it done. I had it really done. Verdammte Scheiße. What's going on? So. Shall we do it again? Do you have anything? Do you have anything? Is there anything? To tell you about the story of the century here, huh? Yeah. And I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first hand accounts. You do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding and I hit the blogosphere. Better get back to it. Yep. Yep. Ja, das nervt mich ja schon, das muss man schon mal sagen, also das muss mich ja auch, das nervt mich, ich finde es eigentlich gut, dass sie sagt, was Sache ist, so, das finde ich gut. Wie geht's? Gut, möchtest du uns nach vorne schauen? Ja, wir sehen uns jetzt noch, hab ich doch, oder hab ich nicht, hab ich Dings? Hab ich diesen Wimsa noch in der Hose? Ja, hab ich, guck mal hier, aber. Wumms dich, jetzt geht's aber rund in den Karton. Hey, warte. Wir können nicht mehr über das, was da rausgehen, wenn die Schläge raus sind, für sicher. Achso, er hat ja immer noch nicht geschnallt, dass das, äh. Das ist, guck mal hier, das ist auch nicht gespeichert gewesen, ne? Ist doch scheiße. Ja, jetzt sind die Schuhe. Vielleicht, vielleicht. Ja, mit dem Ding da, aber jetzt müssen wir erstmal das Teil hier aufmachen, los. Also, daneben, achso. Awesome. Jetzt, wie ich diese Dinge distracken kann. Ja, ja, klar. Ich kann nicht dran, sagt der, jetzt mach das Ding auf. Psst, nicht so laut. Jetzt, nimm den Hubel. Jetzt wärmsen wir den Wumms da hinten rein. Hoffe ich, zumindest. Guter Schuss, guter Schuss. Komm, mach. Jetzt ist der Zeit. Ja. Jetzt ist der Zeit. Wir laufen los. Hoffentlich kommen wir noch zurück. Be careful. Gummis. 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 Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich weiß, wenn du da bist, wir sterben würden für sie sterben. Also, ja, ich glaube, das ist was passiert. Hast du sie noch nicht gefunden? Gib mir einen Moment! Ich bin sorry, Mann. Ich bin sorry, ich nicht hör. Ich bin sicher, aber nur du, um zu beurteilen. Ich bin sicher, dass du das nicht ausfälligst. Ich bin sicher, dass du das nicht ausfälligst. was ist denn los ist nicht die frühstücke reicht das nein ich weiß nicht wie es ist wenn man seinen bruder abschlachtet ich habe mir einen schlüssel ja die rüber jetzt zuerst die so halbherzig weiß die stunden ich weiß so fucking unglaublich ich bin so fucking unglaublich und jetzt kann ich das was ich kann das aber hier noch bewegen ist nicht schön weil die maus nicht drin ist nicht herrlich aber ich kann nicht umschalten wofür habe ich ein schlüssel jetzt habe ich das vernünftige menü jetzt können wir auch hier ein schlüssel auswählen dankeschön thank you very much gesicht telefon ja we have to fuck hätte man das vorher ausschalten 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 können jetzt werden natürlich alle wach alle wach alle kommen sie ran alle wollen sie rein alle haben sie rum jetzt wenigstens eine waffe im rücken weil hilft das einfach danach aber dann du hast du kannst dein ist du kannst 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 Ja, ja. Hörst du dich in den Offen und berichtete die Lüge aus der Tür hinter mir. Glenn, wenn du mich hörst, hüten in der Alley, starten die Leute raus. Du hast Doug, Carly und Lee? Du hast sicher, dass unsere Gefahren bleibt bis dahin. Lee, ich sollte lieber den Axe nehmen, in case ich in den Weg zu meinem Truck. Hier geht's. Ich habe die Tür nicht mehr verholt. Komm, 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 komm. Mach's nie. Ich komme aus den Knüssen. Du bist weg von den Kürten. Danke. Oh nein! Sie will dich! Sie will dich! Okay, entschuldigung. Hol den Stock! Hol den Stock! Sie hat eine Idee! Oh mein fucking Gott! Oh mein... Ich bin ja schlimm. Ich drück ja schon. Ich drück das X! Ich muss nur überlegen, was ist das X? Minion-Stock! Steck ihn da rein! Ich hoffe, mich hält das Ding aus. Raus auf! Ich werde jetzt eine Entscheidung treffen, die ich normalerweise so nicht treffen würde. Ja, eigentlich. Weil mich interessiert halt, was passiert. Jetzt weiß ich nicht, wer wo ist. Nein, 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 nein. Ich werde sie nehmen. Ich werde sie retten. Schieß! Aber in der Zeit hätte ich doch längst bei ihm sein können. Nein! 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 Oh Gott! Vielleicht. Ah, so geht es aber nicht hier, mein Freund. So geht es aber nicht. Ah, so geht es aber nicht hier, mein Freund. So geht es aber nicht. Oh Gott! Auf das called! Ah! Du kleiner Bastard! Die Mama irre! Was soll ich machen? Ah! 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 Ich lasse heute nicht jemand anderes essen heute. Besonders ein guter Freund. Dankeschön, mein Freund! dieses arschloch nur dieses verdammte verdreckte verschissene so machen jetzt hier eine pause wieder so frisch aus die einen messen ist so 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 awesome d d d d d d d d d wie gesagt wir machen eine pause denke mal wenn wir das nächste mal neu laden das müssen wir das sonst noch mal angucken aber ist okay soweit deswegen machen wir jetzt hier auch direkt so und ich würde sagen vielen dank dass du da wart und bis zum nächsten mal macht's gut